Ob die aus dem Krähen-Nest wohl die Füße stillhalten können bei dieser Sache? Oh, da seid ihr ja! Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helf euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff, also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Mhm. Wer versucht da rauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr? Ach, richtig. Ich erzähl euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab es eilig. Sorry. Oh. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay. Versprochen? Hier. Hm? Kennst du nicht? So, so, so geht das. Oh, verstehe. Super. Und wie geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit nem Riesensprung. Na, wer von euch will es probieren? Dein Metier. Alles Könner. Ah. Schon gut. Okay. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Klaus, viel Glück! 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 Klaus, viel Glück!